Wir hätten uns eigentlich eine etwas knappere Partie heute erwartet. Warum ist das heute so deutlich gewesen für Klosterneuburg? Ich glaube, wir haben gut trocken am Anfang. Wir sind gut reingekommen ins Spiel, waren dann gleich 10 Punkte vorne. Am Anfang drittes Viertel dann noch. Einen guten Run-Cup mit drei, vier easy Layups. Und dann haben wir 20 Punkte vorne, das haben wir nicht mehr hergegeben. Für alle kann ich jetzt nicht mitrechnen, Sie persönlich haben. Mit dem letzten Spiel sind Sie fast 75 Minuten am Spielfeld gestanden. Wie schaut es denn jetzt aus mit der Energie? Noch immer gut. Ich bin ein junger Buhl noch immer. Also es passt schon, es ist noch genug da. Das trifft sich gut, denn nächste Woche ist das All-Star-Game. Da sind Sie vertreten für Ihre Mannschaft, gemeinsam mit dem Kollegen hinter Ihnen. Was kann man denn sehen nächste Woche? Ja, Spaß, viele Highlights, viele Danks hoffentlich. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, aber es wird sicher schlussig werden. Und die Stimmung, die passt wie den Klosterneuburg? Auf jeden Fall, da sind alle happy, ja. Dankeschön. Ja, Spaß, 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 Spaß